Ah, meine Axt! Tobi, Ender ist! Hör auf, meine Axt! Gib mir meine Axt! Hör auf, meine Axt! Ah, Ender ist, Mann! Bitte, Ender ist! Mach das, Ender ist! Digga, der Baum hier wächst nicht. Ich weiß nicht, ob der nicht wächst, weil der Zaun hier ist. Aber der ist eh gleich weg, der Zaun. Also alles panetti. Alle Bäume wachsen irgendwie nicht, ne? Vielleicht müssen wir uns da irgendwas einfallen lassen. Oder die brauchen einfach ein bisschen. So lange spielen wir jetzt auch noch nicht. Aber ich meine, was haben wir für eine Tickrate? 20, nochmal, ne? Glaube. Hab bisschen Angst, dass hier wieder ein Creeper spawnen oder so. Ja, die Tiere sind gleich safe. Oh nein, na kommt ihr Süßen. Kommt, meine Lieben. Warte, ich könnte die Schweine hier in einem Eck trappen. Die Mushroom-Cow ist so OP eigentlich, ne? Digga, wir können uns unendlich essen machen. Die anderen Tiere sind jetzt Nutzviecher. Wenn man jetzt eine Mushroom-Cow mit einer anderen Cow paart. Passt das überhaupt? Also geht das überhaupt rein genetisch? Nö. Nö? Nö. Nö? Nö. Nö. Dieser Stimme ist so unangenehm. Das ist Tobis Stimme, Leute. Ich glaube, der meint dich. Spaß. Kann natürlich sein, Alter. Jetzt kommen gleich wieder Leute zu mir. Oh, ein bisschen mehr Erde. Ich nehme dich gleich wieder an. So. Warte. Ach, Mann, oh. Okay. Wir müssen die Zierheit wirklich in, in, äh, Dings, in, äh, in Sicherheit bringen. Machen wir, gerade. Hier werden später richtig starke Mobs auch spawnen, wahrscheinlich, ne? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ich sowas wie ein Wither da spawnen irgendwann, aber das ist jetzt noch ein bisschen weit hergekommen. Ja, und ob sie denn einen Käfig drumherum bauen. Ja, aber das wissen wir jetzt noch nicht, weißt du? Also ich weiß tatsächlich noch nicht. Hey, Schafe. Noch eine Mushroom-Cow! Was? Oh mein Gott. Aber was bringt das? Falls die eine leer geäutert ist, was? Du kannst gerne einen Mushroom-Cow leeräutern. Doch. Kannst du mir kurz helfen, das andere Schaf hierher zu schieben? Bitte. Ja, das ist nicht das. Das habt ihr euch geschoben. Das andere kommt einfach mit, ehrenschaf. Okay, warte. Die Mushroom-Cow muss da raus. Das ist bitte das andere Schaf hierher. Zumachen. Komm. Ja. Boop. Okay, jetzt die Mushroom-Cows in einer Ecke noch. Haben Angst, dass die irgendwie Reeper spawnen oder sowas, ne? Oh nein, wir haben ja noch Hähnchen, würde ich sagen. Hühner hier. Oh nein, das ist mein Zaun geklaut. Egal, ich brauche es nicht mehr. Hey, das ist schon wieder geklaut. Wir bauen da gleich eine Steinmauer hin. Das war mein Plan. Weiß ich nicht, ob das so ein guter Plan ist, Alter. Ah! Was denn? Das Huhn. Das Huhn. Ja, ich wusste gar nicht, ich wollte Hähnchen sagen. Das Huhn. Entschuldigung, oder? Es passiert nichts mehr. Ich sage einfach nichts mehr und dann ist die Sache nicht. Ja, besser wäre es einfach. Richtig. Achtung, Huhn! Wow, ich dachte, du bist ein Freund. Na ja. Gleich kommt die nächste Phase. Wir brauchen mehr Erde eigentlich noch, ne? Erde. Erde. Warte, wir brauchen... Ah! Kannst du mir das andere Huhn hier kurz... Oh, wir haben bekommen Copweb. Copweb, MLG... Hallo, das ist keine MLG mehr. Copweb, MLG. Zier. Komm, gönn doch mal mehr Erde, HBB. Oh, jetzt kommt die Erde. Ich zeige jetzt gleich meinen schönen Plan, den ich mache. Creeper! Ah! Oh! Oh mein Gott, Junge. Junge, was für ein Kopfweg, Alter. Alter. Brauchen Bäume Wasser? Hier? Nein. Oh, richtig viel Erde gerade. Geil. Oh, ja. Tobi, ist jetzt nichts Sexuelles, Alter. Ist nichts, worüber man stöhnen müsste. Worüber man stöhnen müsste vor allen Dingen, oder? Ach ja, komm. Ich sage aber gar nichts mehr. Hier, oben noch 17 Erde. Mach die Gehege noch ein bisschen weiter weg. Hallo! Nein, ich brauche hier was Schönes. La, la, la! Und hier eine doppelte Tür hin, oder wie? Ja, ich zeige dir mal was. Ich brauche hier erstmal einen Torbogen. Richtiger Rittersmann. Was? Was? Oh, jetzt brauche ich nur Betten. Hast du genug Dings gefarmt, oder? Nee, natürlich nicht. Ich habe natürlich nur vier Stück bekommen. Ja, mega. Ich glaube, es reicht, wenn einer schläft, oder? Nein, das ist ja nicht Graf-Attack hier. Machen wir hier lieber Türen hin, sonst rennt der Creeper noch da rein. Ja, ja. Wird gemacht, Chef. Tobi. Wieso lachst du? Nee, ich lach gerne, weil ich es lustig finde. Kann man auch Eisenerze bekommen? Ah! Ah! Oh mein Gott. Wir können so froh sein, dass wir hier was hingebaut haben, Tobi. Dass ich hier was hingebaut habe. Dass wir zusammen hier was hingebaut haben, Junge. Die können wir echt, Digga. Oh mein Gott, ich habe nur Creeper-Geräusch gehört. Wir haben so viel Erde verloren. Erde. Guck mal, aber jetzt kann hier niemand mehr rein. Nein, beide Erde runtergefallen. Stop it. Get some help. Mach hier den Stein hin, Tobi, wegen den Creepern. Da vorne kommt überall Ede hin. Da, wo es schön sein soll. Ede. Digga, wir bauen aber echt so ein bisschen schön, okay? Triggert mich. Stopp. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das Torbogen muss drei breit sein. Das geht so nicht. Nein. Ich bring mich sonst um. Ich bring mich sonst um. Nein. Ich bring mich sonst um. Ich bring mich sonst um, Tobi. Es ist ein schöner Torbogen. Ich bring mich sonst um. Mach es drei breit und ich springe runter. Drei, zwei, eins. Okay, auf Wiedersehen. Ich habe dich geschlagen. Fell auf der Welt. Änder es. Hä? Ändere es. Nein, Junge. Änder es. Dann müsste ich ja alles umbauen. Junge, hör auf, dich umzubringen. Änder es. Wir machen jetzt was. Hast du Wasser? Ja. Ja, da redest du wieder normal mit mir, ne? Ah, ich habe einen Mini-Huhn. Bitte ändern, bitte. Ich kann das nicht. Der Baum. Ah, änder es, Mann. Ich habe so viele Sachen dabei. Hör auf. Bitte änder es. Mann, du hast schon sechs in der Welt abgebaut. Mach das, änder es. Ich will dich so lassen. Bitte. Wir lassen so. Nein. Ich ändere das jetzt. Doch, du änderst es nicht. Du änderst es nicht. Hör auf. Du änderst es nicht. Mann, änder es doch endlich. Ah, meine Axt. Hör auf, das ist meine Axt. Änder es. Du hast den Baum abgebaut. Tobi, änder es. Hör auf, meine Axt. Gib mir meine Axt. Gib mir meine Axt. Änder es. Änder es. Jetzt änder es doch, bitte. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Dass der Block hier in der Mitte nicht so aussieht. Er sagt es doch. Das Tor muss drei breit sein. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, guck mal, die ganze Farbe ist dann unatribütig. Dann müssen wir die ganze Farbe umbauen. Bitte. Ich will nicht mehr. Ich will echt nicht mehr. World edit. Enderman. Was? Nein. So. Wunderschön so. Ja, schön asymmetrisch. So wollten wir es, ne? Ist es so gut, wie du es hast? Tobi, was ist das hier? Was? Was ist was? Ich komme da nicht durch. Änder es. Hä, ich bin da auch hier durchgegangen gerade. Okay, jetzt muss ich die Farbe hier erweitern. Mein Gott, jetzt muss ich alles hier abbauen, nur weil du Vollaffe das ganze hier... Nee, weil es geändert werden muss. Weil du Vollaffe das ganze hier... Weil die Zuschauer sauer sind. Bitte nicht, bitte nicht. Bin nicht zu der Wand. Da sind doch die Tiere. Warum zu der Wand? Änder es. Machst du nicht zur Wand. Ich mache es jetzt jedes Mal, wenn du es nicht änderst. Ich ändere es gerade. Wir müssen keine Türen hin. Pilze und Federn und Flint. Oh, Pilzflederflinte. Hä? Bitte, was? Bitte. Gerade ein Schlagartfall. Savineu. Scheiße, ich habe ein Zauntor gemacht. Dummer Loser. Du bist ein dummer Loser. Boah, nimm es zurück. Nö. Was willst du machen? Mich künd... Okay. Änder es. Mann, das ist dumm, dass ich... Ja! Ich ändere es. Jetzt, ob du es nicht verstehst, dass es geändert werden muss. Oh, das triggert mich so hier. Ich ändere es jetzt selber. Ich... Hallo! Stopp! Es ist fertig. Es ist fertig. Es ist fertig. Ich gucke. Alles gut. Mann, du Kackregen. Lass den doch in Ruhe, Alter. Nein, der hat mir gar nichts getan. Boah, wenn dieses Schaf nicht gleich neue Wolle bekommt. Neue Mushroom-Kuh. Haben wir echt noch eine? Mushroom. Die töten wir. Mushroom. Wir brauchen nicht noch eine. Mushroom, lass die. Änder es. Wenn du die umbringst, dann bring ich... Was? Ja. Was bringst du dann um? Ändere es lieber. Es ist alles asymmetrisch hier. Boah, guck mal, wie geil jetzt. Guck mal. Boah, übel kacke sie sich aus. Änder es. Ich ändere jetzt nichts. Ah! Ach, jetzt bin ich im Gehege gefangen. Oh, dann sollten wir vielleicht... Oh, lass mich hier raus. Ich bin im Maschroom-Kuh. Oh. Ah! Die Maschroom-Kuh hat einen Schaden bekommen, Tobi. Die hat einen Schaden bekommen. Du hast auch einen Schaden. Hier fehlt ein Tauntor, Tobi. Änder es. Junge, ich werde es jetzt nicht ändern. Wir müssen das Tor noch ein bisschen nach hinten versetzen. Warum? Wir müssen... Junge, wenn du in alle Creeper reinläufst und dann nur aus Scheiß A... Ich habe eine Idee. Nein, das ist eine schlechte Idee. Wir machen Wasser dahin, dann machen die Creeper nicht bumm. Ja, echt super. Das stellt uns auch nicht beim Abbauen. Änder es. Okay, ich versuche, die Symmetrie hier wieder herzustellen. Hier, weiter nach hinten, weiter. Neun, neun, neun. Neun! Was neun? Was neun? Neun Erde. Achso, Erde. Ändern. Ändern. Ich mache es hier in die Richtung. Okay. Wir brauchen auch mal wieder ein bisschen frei. Oh, Kiste mit Bonemiel und Eis. Oh, warte mal. Wir können es... Änder es. Hey, schau mal. Oh, oh mein Gott. Ich habe es vergessen. Du kleiner Tomasch. Änder es endlich. Ich habe noch Ofen. Kartoffeln? Okay, wir können... Okay, stopp. Ich baue einen Wasserpool. Ich baue einen Pool, Pflanze. Wir brauchen keinen Wasserpool. Ich bitte. Ich habe keinen Wasserpool. Stopp. Stopp, warte. Stopp, stopp, stopp. Wir machen es schlau. Nicht da rein. Ja, super. Ein Eis wird abgebaut. Wir haben kein Eis. Woher hast du Eis? Nicht so, nicht so. Warum? Jetzt haben wir unendlich Wasser. Das ist wohl. Ja, das ist safe ein Wassereimer. Ja, okay. Okay, hier machen wir jetzt eine Farbe. Digga, das ist so dumm, dass wir die Farben hier wieder mitten reinballern. Ne, machen wir auch nicht. Wir haben nur noch voll viel... Noch eine Kiste. Ah, ne, ist die gleiche. Änder es. Oh, wir haben 20 Erde hier. Die Farben müssen wir anders bauen. Nicht die Erde... Oh, Koppelsau... Bilanz... Bilanz... Oh, upgrade! Upgrade! Bilanzrücksetzung. Bilanzrücksetzung. Upgrade! Bilanzrücksetzung... Was? Bilanzrücksetzung? Ich hole mir schnell einen Slurper. Magic. Lecker. Meine Kuh ist links, deine rechts. Drei, drei, zwei, eins... Winter covers the lands with icy lands. Was? Icy hands. I don't English. Änder es. Warum kommt da Erde raus, wenn man das abbaut? Eee, eee, eee. Moment mal. Was machen wir gerade falsch? Ne, es ist Eis Erde. Eis Erde. Schnee! Ja, Schnee! Oh mein Gott, wir können Schneemann-Farmen machen. Ich will keine Schneemann-Farmen machen. Doch, für unendliche Building-Blöcken! Okay, aber das bringt ja nichts. Klar, wenn du es änderst. Ich habe Erde runtergeworfen. Ja, doch auch. Ich baue den Baum hier ab. Alter, ist das geil gemacht, oder? Ne. Feig, null. Wir müssen jetzt die Farmen irgendwo anders hin machen. Wir brauchen Erde. Wie viel... Tja, ich könnte dir, sage ich mal... Hey, ich könnte dir 14 Erde anbieten. Ja, die gibst du mir jetzt auch. Ich habe sie dir festgelegt. Hast du sie bekommen? Nein, wohin? Hä? Hä? Was? Hast du die echt da rein? Äh, sie ist weg. Oh, ich habe sie genommen. Loser. Au, hör auf. Ich bin fast tot. Ja. Ja. Ja, war's. Ich mache jetzt den Plan. Oh mein Gott, der Plan wird in die Erfüllung... Hast du was von Meimer? Ah, da ist einer. Ich habe ihn gefunden. Plan in die Erfüllung umsetzen. Plan geht in... Wir müssen die Kisten verschieben. Nein. Doch. Die verschieben wir jetzt nicht. Änder es. Wir verschieben das jetzt nicht. Änder es doch bitte einfach. Ich will das jetzt nicht verschieben. Wir brauchen hier aber eine Sicherheitslücke. Was? Was für eine Sicherheitslücke? Eine Sicherheitsschleuse. Mann. Dumpes Alter. Okay, ich habe hier safe die Erde gebaut, dass wir hier die Kisten abbauen können. Daran hast du nicht gedacht, aber verstehe ich auch. Wir müssen jetzt alle Kisten nochmal verschäbern. Okay, aber nicht alle. Die hier verschäbern wir noch. Ich würde gerne diesen einen Block einfach verschieben, aber es geht nicht. Nee, wir müssen... Das ist unser zentraler Mittelpunkt des Lebens. Alles dreht sich um mich. Scheiße. Wenn es nicht gut... Oh mein Gott. Du bist so lebensmüde, bist du, Alter. Selber. Ey, scheinbar der eine so in der Fresse rein, Alter. So, jetzt kommt hier die Sicherheitslücke rein. Der hat die Schöne an unseren Tieren dran. Das ist echt eine gute Idee gewesen. Alter, wenn da Wasser im Creeper ist, dann passiert da... Nieder-Nada. Digga, du kannst hier kein Wasser reinmachen. Na klar kann ich das. Na klar. Wir müssen Tiere wieder verschieben eigentlich. Änder es. Nein. Doch bitte. Nee. Da kommt schon. Warte. Jetzt den Eimer nehmen. Und das... Wo ist der Wassereimer, Tobi? Den hab ich... Gib. Gib. Der lag schon, dass du überhaupt Gib gesagt hast. Oh, ein Zeppling. Heiliger Zeppling. Okay, warte, pass auf. Wir machen hier von... Ich hab... Boah, ich bin so eine Baba-Idee, Alter. Pass mal auf, Alter. Guck hier. Zack. Damit das Wasser nicht raushafloodert. Mit Schildern oder was? Mm-mm. Achso. Ja, da kann der Creeper auch durchlaufen. Das ist eine gute Idee. Digga, das ist so... Geil. Das ist so clever gemacht. Weil guck mal, jetzt dauert es mit den Blöcken zum Abbauen länger. Aber wenn ein Creeper spawnt... Dauert es nicht länger, oder? Zack. Marco Bimbo. Was? Bitte? Alter, schusch, der Fuchs. Der macht schusch. Der macht die schusch. Schusch. Der ist gefangen in der Mitte. Der ist dumm. Komm, du darfst raus. Ich schieb dich da raus in deine Freiheit. Okay. Nett. Oh nein, der haut ab. Nein, der ist nicht dumm, dumm. Was hat der im Mund? Kohle. Warum hat der Kohle im Mund? Oh mein Gott, weil es der Fuchs von Markus von Anhalt ist. Hä? Glas? Eisklops. Eisklops. Warum machst du das so? Oh, weil es Konkripofter. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir wohl hier den ersten Part erfolgreich abgedreht, nicht wahr? Wir haben heute so eine tolle Community gehabt. So, Leute. Das war's für diesen wunderschönen Stream. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Es wird eine absolut arschgeile Jause morgen geben. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Valentinstag. Schlaft gut und holt nicht so viel. Euer Revinzeit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.